1 1 4 und 5 dann 4 1 3 und 5 wir haben doch jetzt gerade gemacht oder nicht 2 und 4 haben gespielt jetzt fehlt 1 3 und 5 ok jetzt mal eins und dann ja manchmal so und noch fünf strecken macht der laute gerade läuft ja eigentlich auch das ist der erste strecke sind auf jeden fall schon gefahren das war gar nicht sogar die ersten die wir hier sind gefahren sind ok ich müsste doch mal mein fahrzeug war modifizieren irgendwie mod kapseln ich habe ja genug die quelle aus will ich dann auch mal noch machen für das nächste mal wenn wir hier wieder spielen muss ich dann ja wenn die online noch nie über die oder wenn man die unterlobys gehen sollten hatte wie die zeit noch ist ich wette baby hat das auch schon modifiziert so wie das aussieht ja die hatte immer schon sie gesagt ist bis vor dem namen aus der sie bräuchte wie noch in der lied detail oder so ich hätte auch den komplett naja dann kriegst du deine feststattung noch mal wie die zu ostern ok sehr kurze lang nicht mehr so lange also wie gesagt dieses spiel ist momentan noch kostenlos für den monaten märz ob es zweiter dritte april wie sonst der erste liest auch im april kommen die neuen spieler dann also zwar also ja ich denke ich spreche für alle wird sage auf jeden fall das ist wenn ich sage uns macht spaß es ist nein da kommt so weiter vielleicht zwei bomben hintereinander also so ein schmerz und hat mir noch ein geistes andere gedget geklaut vor der feiten gerade zweit von timo waren ich habe etwas ausgeschaltet baby und nicht mal gleichzeitig super zogen ich habe auch noch eingezündet verpässt ich will steinen gegen steine in der ziel in am ziel der kurve habe ich gesehen aber dann noch mal was du hast du weißt in einen auskommt noch mal oder was ja ja direkt weit aneinander also konnte ich nicht gerade nicht wahr vor waren was habe ich gerade raus war einmal habe ich die noch nie gekriegt ich verstehe das nicht vom ziel auch gibt ich habe noch nie die steile gekriegt ich weiß dass da auch nicht sagen ich weiß nicht wie es jetzt zum beispiel geregelt ist ich kenne das euch auch von mario kart zum möchte wurde die ganzen guten items blitz starben alles bekommen hat er ist hinten bis welches ist das so weit ist wenn du wirklich ganz hinten auf den letzten plätzen bist du dann dann erst die eignis bekommt voller punktzahl der gedanke jetzt hier gibt es gerade auf jeden fall mehr folgen draußen als vom als von zuvor ist das geht meinem ganzen team nicht geschüttelt dein krank hat gar gesagt ich bin gerührt und habe ich gefragt nicht geschüttelt das wird gar nicht gesagt ich bin nie auf lob aus wegen james von weiße geschüttelt oder ja das ist aber schon verstanden die scheiß steine die haben mich so rausgehauen ich habe den ersten super ausgeglichen und stand gleich wieder welche ich habe auch erwischt ich habe noch nie gehabt wie sie gesteigen und schießen eben das habe ich glaube das krieg zurück wie geht denn das wenn du rückwärts schießen ob ich sagen muss dass beim team event das wertvoller ist dann lieber die raketen wenn du vorne bis nach hinten abzugeben habe ich ja eben gemacht ich glaube ich habe drei vier raketen nicht bei der nein abgeben mit kreis an anderen mit so ja das war ja 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 ich bin wohl ich habe mir das gadget weg es war keine absicht nichts von mir war ja auch einiges ich weiß nicht was wir können einmal betonen oh oh man eh ja 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 da ja und das hat gerade mitgenommen ja 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 Let's go on that! das war keine absicht doch blocken den ersten konnte ich dir doch blocken hast du mich rechts weg gekontert dann habe ich mir extra zum schluss auf alles gut das ist jetzt wenn sie mir wenn es sehr wurscht wäre man der erste zweiter dritter wird man holt ja keine eigenen punkte die punkte ist dann klar jetzt im einzig spiel jetzt wäre gegen uns wäre da würde ich glaube ich jetzt mehr ärgern also kurz am ende so ausgekottert wird alter noch knapper geht es gar nicht gut geht schon ja 3 3 0 und 3 9 baby hat sich höflich zurückgehalten aber gut wir haben wieder die volle punkte also schon wieder 1 2 3 ich war hardcore bewacht und wieder 37 zähler für unser team blätter halt oah ja 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 die sind wir auch schon gefahren da würde ich wieder falsch abbiegen oder war das das ist ja das ist ja das ist ja das ist bingo es kommt in glücklich hier drin vor die dauerung so ähnlich aus so viel bein und was sie das ist doch nicht nur ein guter so wie müssen wir wieder meine alles ist gut war meine die kann euch nichts tun schuldigung weil die noch mehr über dem auch noch ein mit gerade aufgehalten ich habe ja den weg den nächstes noch mitgegeben fahrt doch mal also da hängen wir momentan platz 4 und auf 3 mit einer vorne war mit zu meiner kreis Mann! Mann, ey! Sind das schon wieder vorne? Aber wer war das? Waren sie sich nicht verbringen? Waren sie sich nicht verbringen? Bete! 1 2 3 die markus und ich auch zusammenfass eingefahren sind ich wollte ich wollte eigentlich gerne den den bildschmock bis zum ziel hinziehen aber leider kam dann die mauer immer näher musste ich abbrechen was interessiert mich schon etwas zwar auf letzter ende was das letzte oder was jetzt das dritte zweite dritte drei mal jetzt als 23 gefahren weil nach dem grand prix würde ich erstmal eine kurze pause um einlegen wollen abgelehnt ja können wir machen klappen und wieder 15 punkt geht direkt weiter hier also ich schiebe mit yvonne was du machst keff ist deine sache was sage ich meine antwort gelesen so letzteren jetzt haben wir noch mal 123 haben wir mal die volle punkte für das team dränge hier gerade ich glaube etwas und der cloud glaubt mir lieber direkt als ich weiß jetzt wieder weg da war aber die säule weg fast nach ja ich hab's gesehen du hast du dürft rumziehen und die heute muss die lenkung aufmachen ach das war ihr sorry passiert ja nicht weil man sieht die namen erst recht spät wenn ihr überholt wenn du siehst aber beim gegner rote umrandungen kaputt sind die dann blau oder je nachdem aber den teamfarben oder was auch immer kaputt sind die ja dass er dir vor allem die mucke bei megaturgo tute 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 Was ist das? Alter Alter und die Bomben und die Töckung gefehlt Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017